Hey, ich bin Alex. Ich bin der Typ, der die Videos hier auf dem Kanal macht. Vor zwei Wochen etwa habe ich mich entschlossen, Vlogs zu machen. Aus dem Grund, da ich viel unterwegs bin und ein relativ interessantes Leben habe, würde ich sagen. Und da ich sowieso immer meine Kamera mit dabei habe, dachte ich mir, hey, machst du einfach mal Vlogs. Das ist hier mein erster Vlog. Vlog Nummer 1. Ja, so und beginnen wird das Ganze mit dem 27.05.2016. Viel Spaß. So, jetzt geht es erstmal ab zur S-Bahn und dann weiter mit der Regio und ja, dann erstmal ab nach Hause. So, jetzt geht es erstmal zur S-Bahn. Ich habe die vor einer Stunde auch schon wieder verpasst, also ist jetzt wieder ein bisschen dumm. Mal gucken. So, wir sind hier gerade in Storko, zu dem Opti Cup und ja, da bin ich heute als Trainer eingeplant. Wind ist heute ein bisschen schwierig. So, was sagt der Wind heute? Kacke. Kacke? Ja. Ein paar Streifen draußen, aber ist jetzt nicht irgendwie segelbar oder so. Dann geht es morgen weiter. Ich werde dann nämlich auf den anderen See gehen, auf den Schermütze See und da werde ich dann Laser segeln. Und ja, das ist meine Schwester, ne? Ja, jetzt gehen wir gleich nochmal baden. Danach gehen wir eine Runde grillen und dann irgendwie den Abend ausklingen lassen. Mal sehen. Gudi. Es ist ein bisschen kalt, würde ich sagen. Äh, hier irgendwo im Kofferraum. Ja, los, okay. Ach, was doch. So, wir haben jetzt aus dem Mercedes einen T5 gemacht. Alles schön, wenn du den Kasten rausnehmen. Äh, das ist nicht meine. So. Ja, aber dazu. So. So, guten Morgen. Also für mich ist es erst mal morgens, weil ihr habt wahrscheinlich gerade das Zelt gesehen und da habe ich gerade drinnen übernachtet. Ich sage euch, da hat nicht mehr als eine Matratze reingepasst oder diese kleine Liege, diese Bundeswehrliege, die ich hatte. War aber ausreichend. Äh, ja, wir haben jetzt einen schönen Sonnenschein. Wir haben Wind, total gutes Wetter, segelbares Wetter auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wie sich das noch zuzieht. Es soll heute noch Gewitter geben. Müssen wir sehen. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum Verein. Und dann muss ich mein Boot aufbauen und dann sehen wir uns auf dem Wasser. Oh, shit. So, ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ähm, ich bin ja gestern nicht gesegelt. Jasmin, was bist du heute gefahren? Äh, 3-2-3. Also 3-2-3. Ich bin heute 5-1-1 gefahren. Wenn wir Glück haben, ist sie vielleicht dritte. Ich bin vielleicht erster. Mal sehen. Ja, das entscheidet sich dann an Land nochmal. Ja. Ähm, wir fahren jetzt erst mal rein und machen uns erst mal einen bunten und dann ist die Ehrung. Moxie, der Moxie, der Moxie, der Moxie. Nicht auf die Kamera. Nicht auf die Kamera. Egal.